Seit Jahren ist Schwiegertochter gesucht Kultkandidatin Beate Fischer wie vom Erdboden verschluckt. Nun äußerte sich Show-Kollege Ingo zu dem Thema. Schwiegertochter gesucht. Beate Fischer wird bis heute vermisst. Wenn man die RTL-Kuppelshow Schwiegertochter gesucht denkt, dann kommt man an zwei Kandidaten definitiv nicht vorbei. Beate Fischer. Und Ingo Vizurek, 32, wurden durch ihre Liebessuche im TV bekannt. Über Jahre suchten die beiden Dauer-Singles nach dem Partner oder der Partnerin fürs Leben und obwohl es zwischenzeitlich bei beiden immer mal wieder vielversprechend aussah, wollte es mit dem Happy End in der Datingshow nicht klappen. Zumindest der 31-Jährige fand seines dann aber abseits der Kameras. Mittlerweile ist er glücklich mit Ehefrau Annika Peters, 32, verheiratet. Und Beate? Von der fehlt bis heute jede Spur. Hat Show-Kollege Ingo noch Kontakt zu Beate? Vor einigen Jahren starb Beate Fischers Mama Irene völlig unerwartet. Der Tod ihrer geliebten Mutter warf die Schwiegertochter gesucht Kandidatin damals völlig aus der Bahn und so fasste sie kurzerhand den Entschluss, ihre TV-Karriere ein für allemal zu beenden. Vergessen ist sie aber bis heute nicht, im Gegenteil. Von den Fans der RTL-Show wird sie bis heute schmerzlich vermisst. Viele wünschten sich Beate sogar als neue Moderatorin von Schwiegertochter gesucht. Auch darüber, wie es ihr aktuell geht, ist nichts bekannt. Während einer Instagram-Fragerunde wurde nun auch Ingo auf seine Show-Kollegin angesprochen. So wollte ein User wissen, noch Kontakt mit Beate? Doch auch zwischen den beiden Schwiegertochter gesucht Kultstars ist der Kontakt offenbar abgebrochen. Nein, antwortete der 32-Jährige. Ob sich Beate Fischer je wieder in der Öffentlichzeit zeigen wird, steht nach wie vor in den Sternen.